Ritmanstar 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 Ihr seid hier bei Ritmanstar Ritmanstar Unglaublich Ritmanstar Ritmanstar Ein Meisterwerk Wundervoll, oder? Ja Ritmanstar Nee, du musst das wenn Geht mal weg da unten Der braucht ihr ernsthaft Zehn Minuten zum starten Was ist denn mit dem Rechen? Okay, ich mach die andere. Der hatte damals dieses Problem. Oh, 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 oh. So, er hat's getan. Oh Gott. Was macht ihr? Ähm, nix. Ich seh's schon. Von der Seite sieht's wirklich aus, als ob er die Steine kotzen würde mit dem Mund. Ich hab wieder eine Ah. Schubsen sagst du? Schubsen sagst du? Ha? Schubsen sagst du? Oh! Es fährt! Es fährt! Ah, und ich hab... Die Scheißpastatur hier. Es friert jetzt, wo mir fährt, deswegen fährt sie, oder was? Also, ich würd sagen, wir rutschen da jetzt einfach mal alle so nacheinander. Jetzt wartet doch mal kurz. Ich muss hier... Ich muss hier gerade zwei Rechnern hinten hantieren. Oh, Aufnahme läuft. Seht ihr? Sieh euch nicht, ne? Ich spinne hinter dir. Ich spinne hinter dir. Bin eigentlich unseren Augen zu sehen? So ist der Sack in der Hand. Sollte vielleicht nix nehmen, ne? Und ich sollte vielleicht mein Chat-Pack ausziehen. Mhm. Also nochmal. Ich hatte meins extra an. Hast du den Kameramann GF1? Ist nicht mein erstes Intro. So? Zieh deinen... Zieh deinen Stahl-Pack aus. Schau mir die Melonen. Da! Da sind sie! Guck! Oh... Toll, hä? Ähm... Ähm... Ja... Aaaaaaah! Eieieiei! Was? Oh, ein Astellot! Das war führerisch da. Aua. Okay, dann läuft die Aufnahme. Waaah! Das geht ja schnell! Oh, keine Ahnung. Irgendwer hat ihn geschubst. Äh... Framed? Nicht schlimm. Schade, dass ich da... Schade, dass ich da... Gut, dass ich's mit aufnehme! Alle da? Ja! Ich denke... Uah! Das geht immer so... Babe! Uah! Ich hoffe, das sieht man. Ich hab gar nicht mitgekriegt, was du gemacht hast. Er ist von oben runter gehüpft. Ah doch, das war das. Ich hab ne Ruhige zu nehmen. Du tust dir weh. Du stirbst noch. Okay, was als nächstes? Ich find's eigentlich gut, wenn man uns immer alle irgendwo ein bisschen zusammen sieht. Kamera geil? Tadadadadadadadada! Ich hatte gerade Cola im Mund. Hahahaha! Kamera läuft. Fertig. Hamsti! Rain! Ja! Das sieht witzig aus. Das dachte ich mir irgendwie. Nur, dass Hamster nicht warten kann, bis die Aufnahme halbwegs durch ist und wieder ins Bild latschen muss. Also nochmal, oder wie? Hahahaha! Wie das aussieht! Das wissen wir übrigens auch immer noch zu viert, man. Einfach so stehen und dann... Komm, 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 alle Mami hier mit rumlaufen. Wuh! 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 Wens geht nacheinander! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer wo ich bin! Ah, da sind wir! Wuh! Mir wird schlecht. So, okay, es geht nicht genug. Nicht bummeln! Oh Gott! Harry proper! Du bist ja so wandlungsfähig! Du bist ja so wandlungsfähig! Hahahaha! Hahahaha! What the fuck?! Die haben sich das gegenseitig angepupst! Hahahaha! Da, ja, so, so. Ja! Hahahaha! Hahahaha! Ach, ihr rennt ja richtig. Ja, klar! ich glaube das sieht cool aus ich bin erschrocken entschuldigung ich muss mir auch mal kurz den gamemod wegnehmen nicht dass ich aus versehen block abbau oder so deswegen gleichzeitig in verschiedene richtungen weggelaufen sind gut so nehmen wir einfach noch ein paar sachen auf und nehmen halt einfach das lustigste und die anderen sind so 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 outtakes ok genau zwei streiten sie im kleid oder was ich meine ja einer muss zusammen wenn die umkleide gehen die männer gehen zusammen dann würde ich sagen benutzen wir die linke und die rechte kabine und keiner in der mitte oder wie okay warte okay sieht man was jetzt die mittlere blockiert okay hamster du gehst recht ich gehe linke dann würde ich sagen wie gesagt frame und ich laufen jetzt rein das mal testen ja so geht das er kommt mir mal näher also frame bereit ah das ist schon ein bisschen 3 2 1 go ich habe die tür nicht getroffen nochmal frame bereit ja 3 2 1 go ok los ah scheiße hm wieso scheiße ich habe jetzt nichts gesehen also nichts sehen ok dann egal ja was hast du gemacht abtür nicht brauche ist doch egal manche brauchen halt länger genau ich habe das wenigste an aber ich brauche am längsten ich bin halt voll die frau äh ria haut sich irgendwie selbst achja die erde voll wichtig gehst du gut vor mir ja das habe ich den baum platt gemacht ne das ding ist so buggy mhm doch alle runter alle runter ah ich habe eine rüstung keine rüstung nimm sie wenn sie nicht nehm ein ein train es ist ein ein train ein train ein train ein train haben Brrrr.